Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Einen guten Sonntagabend Ihnen allen. Wir haben die Chance zu gewinnen. Heute ist der Tag für große Worte aus der Ukraine. Nach dem lange verzögerten Go der Parlamentsabgeordneten in Washington für ein gigantisches 60 Milliarden Dollar Hilfspaket meldet sich Präsident Volodymyr Zelenskyj, dessen Armee von Beobachtern gerade noch auf dem Weg in eine Niederlage gesehen wurde. Die noch nötige Zustimmung des US-Senats gilt als sicher. Dann könnten unter anderem neue Munition und Luftabwehrsysteme aus amerikanischen Beständen innerhalb kürzerer Zeit Richtung Ukraine unterwegs sein. Was das für den Fortgang des Krieges und die Menschen dort bedeutet, dazu jetzt aus Kiew. Für diese ukrainischen Soldaten in ihrer Gefechtsstellung bei Kupjansk an der Ostfront. Seit Wochen müssen sie ihre Geschosse sparsam einsetzen. Es fehlt Nachschub. Das soll sich jetzt ändern. Wenn die Munitionshilfe schneller gekommen wäre, hätten wir nicht so viel Gelände preisgeben müssen. Vielleicht hätten wir sogar vorrücken können. Trotzdem, die Nachricht aus Washington ist das, worauf sie hier gewartet haben, auf Munition. Vor allem auch, wenn die Lage an der Front weiter sehr schwierig ist. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin voller Optimismus. Aber es ist gut, dass die Hilfe endlich kommt. Wir bekommen mehr Granaten. Das ist gut. Ihr Oberbefehlshaber, Präsident Zelensky, war noch am Freitag an der hart umkämpften Front im Osten. Neue Verteidigungsanlagen inspizieren. Mit großer Erleichterung und ausdrücklichem Dank reagierte er gestern auf die Hilfszusagen aus Washington. Das Wichtigste ist jetzt Flugabwehr. Wir unternehmen mit unseren Partnern alles Mögliche, um die Zahl der Abwehrsysteme zu erhöhen, um den Himmel sicher zu machen. Jedes Land, das uns dabei hilft, rettet Leben. Auch die Bevölkerung ist erleichtert, dass nach monatelangem Warten die dringend benötigte US-Hilfe kommt. Ein Hoffnungsschimmer nach mehr als zwei Jahren Krieg und vielen Opfern. Ja, das wird uns sehr helfen. Und hoffentlich wird es das Überleben unserer Soldaten sichern. Das ist das Wichtigste, dass wir uns verteidigen können. Zivilisten und die Soldaten. Der Präsident hat ja offiziell gesagt, ohne diese Hilfen wäre eine Niederlage nicht mehr ausgeschlossen. Deshalb vielen Dank. Gestern war ein sehr guter Tag. Russlands Propaganda zeigt unterdessen Bilder von Rüstungsfabriken, in denen ununterbrochen produziert wird. Experten rechnen mit einer bevorstehenden russischen Offensive in Richtung der ostukrainischen Stadt Kharkiv. Für den Kiewer Journalisten Vitali Portnikov kommt es jetzt vor allem auf Europa an. Die Ukraine hat keine Wahl. Sie muss der russischen Aggression widerstehen, bis Russland beschließt, den Krieg einzustellen. Aber der Westen hat eine Wahl. Er kann der Ukraine bei ihrem Widerstand helfen oder nicht. Ein baldiges Ende des Krieges jedenfalls ist nicht in Sicht. Fragen noch an die Militärexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke, dass Sie bei uns sind. Guten Abend, Frau Major. Guten Abend. Wir haben es gerade gehört, ein baldiges Ende des Krieges nicht in Sicht. Aber ist die Ukraine wenigstens jetzt mal die drängendsten Sorgen los? Also die drängendsten Sorgen sind jetzt tatsächlich erst mal deutlich besser geworden. Das ist vor allen Dingen Munition. Das ist vor allen Dingen Luftverteidigung. Und natürlich ist auch die politische Unterstützung durch die USA total wichtig. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die langfristige Frage der Unterstützung nur vertagt worden ist. Also man kann umformuliert sagen, die Ukraine und die europäischen Staaten haben etwa ein Jahr lang Zeit gewonnen, um sich zu überlegen, wie sie die langfristige Unterstützung politisch, militärisch, finanziell aufgleisen wollen mit Blick auf Produktionskapazitäten und ähnlichen. Also eine sehr gute Stabilisierung, aber langfristig bleibt die Frage bestehen. Und kann sich Europa jetzt erst mal zurücklehnen und sagen, ah ja, Amerika macht es schon? Ich halte das für eine sehr falsche Reaktion. Wir haben ja jetzt schon gesehen, was es für die Ukraine und auch für Europa bedeutet hat, dass dieses amerikanische Paket seit November festgehangen hat. Und es zeigt den Europäern nochmal, dass es extrem risikoreich ist, sich nur auf die Amerikaner zu verlassen, sowohl für die Ukraine als auch für die eigene Verteidigung. Also kein entspanntes Zurücklehnen, sondern eher nochmal Mahnung und Weckruf, dass die Europäer tatsächlich viel mehr in die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und in die Unterstützung der eine, der Ukraine, investieren müssen. Also über Ukraine, über die Europäer haben wir geredet. Jetzt gucken wir nochmal auf die russische Seite. Alle haben ja, wir haben es im Film kurz gesehen, Sorge vor einer russischen Offensive. Natürlich hat der Kreml das jetzt auch genau beobachtet, was da passiert. Kommt denn die russische Offensive jetzt eher schneller oder wird sie am Ende möglicherweise ganz abgeblasen? Das weiß nur Russland alleine. Was wir wissen, ist, dass die Ukraine jetzt deutlich besser aufgestellt sein wird, falls diese Offensive im Juni kommen sollte, weil sie in den kritischen Bereichen, die wir schon angesprochen haben, also Munition, Luftverteidigung, Ersatzteile und so, besser aufgestellt werden. Was Russland macht, ob sie die Offensive verschieben, ob sie sie anders organisieren, das wissen wir nicht. Aber wir müssen genauso darauf achten, was bis dahin passiert. Es kann sehr gut sein, dass Russland jetzt versuchen wird, die Zeit zu nutzen, nochmal mehr Druck aufzubauen, nochmal mehr anzugreifen, weil sie hoffen, dass sie die aktuelle Schwäche der Ukraine noch nutzen können. Wir haben seit Jahreswechsel diese enorm zerstörerische Luftoffensive gesehen, wo es Russland darum ging, die Energieinfrastruktur und die zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören und die humanitäre Krise zu verstärken. Und wir haben auch in den letzten Wochen Angriffe von Russland gesehen auf die Transportinfrastruktur, die die Ukraine braucht, um das Material und die Soldaten an die Front zu bringen. Also allein die nächsten Wochen werden hart genug für die Ukraine sein. Welche Waffen sind denn jetzt besonders dringend? Und wie schnell können die dann tatsächlich da sein, wo sie gebraucht werden? Also ein Teil der Unterstützung durch die USA kann anscheinend sehr schnell kommen, weil das Pentagon es bereits vorbereitet hat und weil ein Teil beispielsweise der Munition auch aus Lagern in Europa genommen werden kann. Das heißt, es kann schnell kommen. Die Ukraine hat auch ihr Logistik- und Transportsystem auch schon besser angepasst. Ansonsten ist die Liste eigentlich bekannt. Also die kennen wir. Ich hatte es schon gesagt, Munition, Luftverteidigung, Ersatzteile, Komponenten und Technologien für die eigene Produktion von Drohnen und Raketen der Ukraine. Das heißt, es gibt den militärischen Bestandteil, aber genauso wichtig, und ich sage das ausdrücklich, ist die humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung, also Notreparaturen für das Energienetz, Wiederaufbau der sozialen und der kritischen Infrastrukturen. Also wir müssen das immer weiter denken als das Militärische. Und wenn ich noch ergänzen darf, Sie hatten eben Russland erwähnt, die Militärproduktion. Der eine Standpunkt ist die Unterstützung der Ukraine. Genauso wichtig ist die Schwächung Russlands, solange es an seinen Zielen festhält. Das heißt, Sanktionen schärfen, Schlupflöcher stopfen und auch Strafen für die, die die Sanktionen untergehen, damit Russlands Kriegsfähigkeit geschwächt wird. Da gucken wir jetzt zum Schluss, Frau Major, doch nochmal schnell in die USA und auf einen sehr interessanten Player dort, nämlich Donald Trump. Der hat ja zumindest öffentlich jetzt doch seine Meinung zu Ukraine-Hilfen geändert. Er hält die jetzt auch für wichtig. Kann denn die Ukraine auch unter Präsident Trump, sollte er wieder Präsident werden, auf die USA zählen? Wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das nicht. Was wir aus der ersten Trump-Präsidentschaft gelernt haben, ist, dass er ein sehr unvorhersehbarer und häufig transaktionaler Akteur ist. Und deswegen ist eigentlich da ein riesengroßes Fragezeichen. Amerikanische Kollegen sagen mir häufig, es gibt, there is no method to madness, es gibt keine Methode, um mit Verrücktheit umzugehen. Ich glaube, die Lektion, die wir Europäer ziehen sollten, ist einfach mehr auf eigene Handlungsfähigkeit zu setzen, sowohl mit Blick auf unsere eigene Verteidigungsfähigkeit als auch mit Blick auf die Ukraine. Also gerne auf die USA hoffen, aber lieber selber was machen. Sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank auch heute Abend wieder für Ihre Analyse. Ich danke Ihnen. Ja, und dann hat die Welt in dieser Woche noch in einen anderen Abgrund geguckt. Gefährlich nah am Großen Krieg im Nahen Osten. Iran gegen Israel, Israel gegen Iran. Das könnte die ganze Region in Brand setzen, die Emirate am Golf mit hinein und nach unten ziehen, die globale Ölversorgung in Gefahr bringen und niemanden auf diesem Planeten kalt lassen. Ein Krieg im Verborgenen läuft zwischen beiden Ländern seit Jahrzehnten. Jetzt hat Iran erstmals Israel direkt militärisch angegriffen mit über 300 Drohnen und Raketen. Und auch wenn beide Seiten sich danach und aktuell eher wieder bemühen, eine weitere Eskalation zu vermeiden, gleich mehrere rote Linien sind überschritten. Der Schattenkrieg ist kein Schattenkrieg mehr. Kamran Safjaria. Der Angriff Israels auf Iran, er war auch eine versteckte Drohung an Teheran. Wir können jederzeit eure Atomanlagen treffen. Iran werde nicht antworten, solange Israel keine neuen Abenteuer gegen sein Land plane, so der iranische Außenminister Amir Abdullahian im US-Fernsehen. Der heiße Krieg also erst mal verschoben? Dennoch, die iranischen Revolutionsgarden drohen. Jede Drohung des zionistischen Regimes gegen unsere Atomanlagen werden wir mit unseren modernen Raketen beantworten. Unsere Hände sind am Abzug für die vollständige Zerstörung bestimmter Ziele. Eine Blaupause dafür gibt es schon. Ein martialisches Propaganda-Video der Revolutionsgarden. Es zeigt simulierte Raketen und Drohnenangriffe auf israelische Militär- und Atomanlagen. Iran hat das größte Arsenal an Raketen und Kamikaze-Drohnen im Nahen Osten, wissen Experten. Also der Iran hat über die letzten drei Jahrzehnte ein sehr, sehr großes Arsenal an ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Selbstmorddrohnen aufgebaut. Die Amerikaner schätzen, dass Iran bis zu 3000 ballistische Raketen haben könnte, viel davon präzisionsgesteuert und viel davon mit der Reichweite, um Israel zu erreichen. Daneben ist vor allem das Atomprogramm der Mullahs die größte Bedrohung für Israels Existenz. Iran hat seine Nuklear- und Militäranlagen über das ganze Land verteilt. Bereits 2018 hatte Israels Premier Netanyahu vor dem verdeckten Atomprogramm der Mullahs gewarnt. Nach der Aufkündigung des Atomdeals von 2015 durch US-Präsident Trump reichert Iran Uran inzwischen auf über 60 Prozent an. Hat Teheran die Atombombe? Der Iran hat definitiv ein bis zehn Bomben. Die Frage ist, was wir als Bombe verstehen. Denn diese Bomben sind erstmal nur nicht für den Einsatz gemacht. Das heißt, sie können noch nicht auf eine Rakete verbracht werden, um zum Beispiel gegen Israel eingesetzt zu werden. Israel hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, das iranische Atomprogramm zu sabotieren. Zuletzt werden in Syrien hochrangige iranische Generäle getötet. Auch Mohsen Fakhrizadeh, der Kopf des iranischen Atomprogramms, stirbt 2020 bei einem Attentat. Könnte Israel Irans Atomanlagen überhaupt wirksam ausschalten? Teilweise sind diese Anlagen, wie beispielsweise die Uran-Unreicherungslage in Fordow, sehr tief unter Bergen vergraben. Es ist nicht klar, ob die Israelis überhaupt die militärischen Fähigkeiten haben, um diese Anlage zu zerstören. Andererseits sind sie auch über das ganze Land verbreitet. Das heißt, jeder Angriff gegen das Atomprogramm wäre ein sehr großflächiger Angriff. Und auch Luftschläge können keine Expertise zerstören. Ein großflächiger Angriff auf ein Land, das seine Sicherheitsinteressen geltend macht, so Experten. Iran fühlt sich von Feinden an seinen Grenzen bedroht. Wird Teheran den Konflikt mit Israel nuklear eskalieren lassen? Nein, der Iran wird den Konflikt nicht nuklear eskalieren lassen, außer eine Eskalationsdynamik führt dazu. Die Nuklearwaffen dienen sozusagen als Schirm, einen direkten Angriff auf den Iran zu verhindern. Teheran will also primär sein Überleben sichern. Doch beide Seiten bleiben unberechenbar. In Nahost liegt derzeit jede Option auf dem Tisch. Ehud Barak ist bis heute der höchst dekorierte Soldat seines Landes. Elite-Kämpfer, Teil von Geheimoperationen des Mossad, früherer israelischer Armee-Chef, Verteidigungsminister, Regierungschef und jetzt bei uns. Guten Abend, Erev Tov nach Tel Aviv. Vielen Dank. Herr Barak, es war eine Woche, in der die Welt gebankt hat. Ist nach dem iranischen Angriff und dem israelischen Gegenschlag jetzt wieder die strategische Ausgangslage hergestellt, also die ganz große Gefahr gebannt? Das kann ich nicht ganz sicher sagen. Ich hoffe, dass unsere Reaktion diese Runde der Angriffe und Gegenangriffe beendet. Der iranische Angriff ist ja dramatisch fehlgeschlagen aufgrund der gemeinsamen Aktionen unserer Luftverteidigung und der Luftwaffe zusammen mit den Amerikanern, den Briten und einigen anderen Ländern. Wir sind dafür sehr dankbar. Also nicht unbedingt perfekt. Viele Israelis denken, dass die gesamte Führung vom Ministerpräsidenten abwärts sollte ersetzt werden. Aber sie sind immer noch da. Und ich denke, es ist Zeit für Neuwahlen, denn es gibt massive Demonstrationen an jedem Wochenende. Vier von fünf Menschen in Israel denken, dass Netanjahu die Hauptverantwortung trägt für das schlimmste Versagen in der Geschichte des Landes. Und drei von vier wollen, dass er zurücktritt. Die meisten oder viele wollen damit warten bis nach dem Krieg. Aber ein Krieg ist in Israel normalerweise kurz. Niemand hat gedacht, dass es so lange dauern würde. Es gibt Beobachter, die sagen, um politisch überleben zu können, braucht Regierungschef Netanjahu einen langen Krieg. Haben Sie denn den Eindruck, er trifft jetzt seine Entscheidungen mit besten Absichten für das Land und für seine Menschen oder vor allem im eigenen Interesse? Ich bin überzeugt, dass er im Herzen ein Patriot ist. Er möchte, dass die Geiseln freigelassen werden, dass Hamas vollständig niedergeschlagen werden. Aber in der Realität gibt es Widersprüche. Wenn es um die Lebensdauer seiner Regierung geht, jeder Schritt, den er vielleicht ergreift, könnte er riskieren, dass der Zusammenhalt seiner Regierung nicht hält. Und dann wird er sein persönliches Interesse verfolgen. Netanjahu hat seit dem ersten Tag im Oktober von einer strategischen Lähmung gelitten. Er hat keine einzige strategische Entscheidung getroffen. Ich glaube an einen alten römischen Spruch. Wenn man nicht weiß, zu welchem Hafen man will, der wird einen keiner dahin bringen. Es gibt einfach in der obersten Führung einen Bedarf der Armee, zu sagen, was passiert. Aber da passiert nichts. Keine Entscheidung wurde getroffen. Wir zahlen den Preis. Die Frage, in welche Richtung es geht, ist ja eine Frage, die sich in Gaza jeden Tag auch aktuell stellt. Recht auf israelische Selbstverteidigung, ja. Aber so wie Israel das macht in Gaza, mit zehntausenden Toten, vielen Frauen und Kindern darunter, mit einer Hungerkatastrophe, das verschreckt ja selbst Ängste Verbündete. Welche Strategie sehen Sie denn bei Israels Armee und Regierung? Israel ist natürlich verpflichtet, sicherzustellen, dass Hamas den Gazastreifen nicht mehr kontrolliert und von dort Israel nicht mehr angreifen kann. Und gleichzeitig haben wir kein Interesse daran, in Gaza zu bleiben und um das langfristig zu kontrollieren. Wir waren da Jahrzehnte und sind gegangen, weil es schlecht für uns war. Das dritte Element ist, dass die Menschen in Gaza nirgendwo hingehen. Die werden dort bleiben. Das heißt, das Problem ist, wem übergeben wir Gaza, während wir die Kontrolle haben. Das ist etwas, was man vor sechs Monaten hätte entscheiden müssen. Eine Strategie für den Tag danach. Israels Staatsgründer David Ben-Gurion, ich sehe da hinter Ihnen seine Büste stehen, der hat gesagt, immer die moralische Überlegenheit zu haben, das ist essentiell für Israel. Hat Israel aktuell immer die moralische Überlegenheit? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein großer Fehler von Netanyahu und seiner Regierung aus Gründen, die ich nicht weiter erläutern kann. Vom ersten Tag an hat Netanyahu unter einer strategischen Lähmung gelitten. Er hat keine strategische Entscheidung getroffen über die Richtung, in die man gehen sollte nach dem 7. Oktober, nach der Freilassung der Geiseln, um die Reibung im Norden mit Hispola zu verringern und um irgendwie für die Zukunft zu planen. Das ist ein großer Fehler und ich hoffe, er wird korrigiert oder die Regierung wird ersetzt, was noch besser ist. Aber das liegt nicht an mir, sondern an der israelischen Öffentlichkeit. Sagt Ehud Barak, ehemaliger Premierminister Israels im Heute-Journal. Herr Barak, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen vor exakt einer Stunde aufgezeichnet. Und wir bleiben noch beim Thema, jetzt mit dir, Hanna. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat angekündigt, den militärischen Druck auf die Terrororganisation Hamas zu verstärken. In einer Videobotschaft zum Pessachfest sprach er von schmerzhaften Schlägen, die in Kürze erfolgen sollen. Dies sei der einzige Weg, die Geiseln frei zu bekommen. An diesem Wochenende wurden bei israelischen Angriffen auf Rafah im Süden des Gazastreifens nach palästinensischen Angaben zahlreiche Zivilisten getötet. Darunter mindestens 13 Kinder. Die FDP will mit einem Zwölf-Punkte-Plan eine Wirtschaftswende in Deutschland erreichen. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Parteipräsidiums hervor. Der Entwurf sieht unter anderem Verschärfungen beim Bürgergeld vor. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, dem sollen die Leistungen sofort um 30 Prozent gekürzt werden können. Bisher gilt ein Stufenmodell. In dem Plan wird zudem ein Ende der Rente mit 63 gefordert und eine schrittweise Abschaffung der staatlichen Förderung von Wind- und Solarenergie. Zudem soll das Deutsche Lieferkettengesetz ausgesetzt werden. Und in den nächsten drei Jahren sollen keine neuen Sozialleistungen beschlossen werden. Die SPD kritisiert die Vorschläge. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen, sind laut der Vorsitzenden der IG Metall-Benner massive Entlastungen bei den Energiekosten nötig. Bei Berlin Direkt appellierte sie in Richtung Bundesregierung, es müsse außerdem beherzt investiert werden. Es geht im Moment um die Rahmenbedingungen und wir brauchen dringend Investitionen auch in unsere Infrastruktur, sodass dieser Wandel in Klimaneutralität, dass der auch gelingen kann. Der Verfassungsschutz in Brandenburg warnt vor einer islamistischen Radikalisierung junger Menschen auf TikTok. Salafistische Prediger erreichten auf der Kurzvideo-App ein Millionenpublikum, hieß es in einer Vorabveröffentlichung des Landesverfassungsschutzberichts. Die Behörde bezeichnet TikTok darin als Brandbeschleuniger für Radikalisierung. Auch Rechtsextreme und Linksextreme seien auf der Plattform aktiv. Im Islamismus sei der Trend aber am massivsten. Kann eine Industriemesse in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Erfolg haben? Sie kann, gerade jetzt, das will die weltgrößte Industrie-Schau in Hannover ab heute beweisen. Der Standort Deutschland in Nöten, beim Wachstum ganz hinten, das Verhältnis zwischen Bundeskanzler und Unternehmensverbänden offenbar tief zerrüttet. Da will die Mutter aller Messen, wie ihr Chef sagt, die Agenda setzen für die Industrie der Zukunft. Die Hannover Messe als Treffpunkt von Politik und Wirtschaft mit den großen Themen künstliche Intelligenz und Lösungen für die Energiewende. Ob und wie das funktioniert, Fabian Köhler hat die Details. Mit einem gezielten Griff schafft es dieser Roboter, höchst unterschiedliche Gegenstände zu greifen und zu bewegen. Durch künstliche Intelligenz werden solche Prozesstechniken auch unter variablen Bedingungen möglich und immer einfacher bedienbar. KI ein Schwerpunkt der Industriemesse und auch für den Mittelstand ein wichtiger Impulsgeber. Die KI-Sprünge sind sehr groß. Das heißt, jede Woche tut sich in der KI-Welt was Neues. Es ist uns ganz wichtig, dass wir den Kunden, den kleinen Unternehmen, die Herausforderungen haben, Fachkräfte zu finden, die Herausforderungen haben, ihre Prozesse zu automatisieren, dass wir denen helfen, die KI-Technologie zugänglich zu machen. Gerade die deutschen Unternehmen wollen in Hannover ihre Innovationskraft zeigen. Dabei ist das derzeitige wirtschaftliche Umfeld schwierig. Internationale Krisen, starke Konkurrenz unter anderem aus China und den USA. Dazu hohe Energiepreise und hohe Steuern. Deutsche Unternehmen zahlen deutlich mehr Steuern, auch deutlich mehr Steuern als im europäischen Durchschnitt. 40 Prozent mehr als der EU-Durchschnitt ist ein Wort. Und wir haben natürlich auch das Handicap, dass wir alle nicht so richtig wissen, wie denn die Energiepreise sich in der Zukunft entwickeln werden. Wie den Weg in eine digitale Zukunft finden, wenn die internationale Wettbewerbsfähigkeit unter inländischen Rahmenbedingungen leidet. Vor allem zu viel Bürokratie bremst die Unternehmen. Gerade in puncto Dokumentationspflichten haben wir sehr viel Personal mittlerweile gebunden, die eben diesen Pflichten nachkommen müssen. Das heißt, wir versuchen Nachweislisten, müssen das entsprechend dokumentieren, auch entsprechend den Behörden präsentieren. Und da wenden wir sehr, sehr viel Zeit auf, die weder dem Kunden noch uns nützt. Vor allem von der Politik erhofft sich die Industrie wieder mehr Rückenwind für Made in Germany. Partnerland in diesem Jahr ist Norwegen. Gemeinsam mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Store und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eröffnet Bundeskanzler Olaf Scholz die Messe. Und spricht in seiner Rede auch davon, dass Deutschland schneller werden müsse. Gerade für Deutschland ist es entscheidend, dass wir bei diesen digitalen Schlüsseltechnologien vorne dabei sind. Denn Chips, Batterien und KI, die stecken nicht nur in unseren Autos und in unseren Maschinen. Damit wird in Zukunft Geld fettend. Und deshalb holen wir das nach Deutschland und nach Europa. Morgen will der Kanzler sich auf dem traditionellen Messe-Rundgang ein Bild machen. Rund 4000 Unternehmen aus 60 Ländern präsentieren sich in Hannover. Sie wollen Signale für den Aufbruch senden. So, und jetzt der Sonntag sportlich mit dir. Heute blicken wir auf die Fußball-Bundesliga mit drei Begegnungen. Werder Bremen traf auf den VfB Stuttgart. Endstand 2 zu 1. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen trennten sich 1 zu 1. Auch beim SC Freiburg und Mainz 05 stand es am Ende unentschieden 1 zu 1. Der deutsche Tennisprofi Jan Lennart Struff hat den ersten ATP-Titel seiner Karriere gewonnen. In München besiegte der 33-Jährige aus Warstein den US-Amerikaner Taylor Fritz mit einem verregneten Finale. Struff bezwang seinen Gegner, der als Favorit gegolten hatte, eindrucksvoll in zwei Sätzen mit 7 zu 5 und 6 zu 3. In Shanghai hat Formel-1-Weltmeister Verstappen den großen Preis von China gewonnen. Für den 26-Jährigen war es der 58. Grand Prix-Sieg seiner Laufbahn. Von der Pool-Position siegte der Red Bull-Pilot zum ersten Mal auf dieser Strecke. Zweiter wurde Lando Norris im McLaren. In der Weltmeisterschaft führt Verstappen nun mit 25 Punkten vor seinem mexikanischen Teamkollegen Perez. Deutschlandweit hat der plötzliche Wintereinbruch zu zahlreichen Unfällen auf rutschigen Straßen geführt. In manchen Regionen Bayerns saßen Autofahrer teils stundenlang in ihren Pkw-Fest. Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen. Wegen Glätte kam es zudem vielfach zu Unfällen, wie hier auf der A9 zwischen Bayreuth und Peknitz. Und auch für die Obst- und Gemüsebauern sind die frostigen Temperaturen ein Problem, das erfinderisch macht. Hier in Brandenburg wurde versucht, die Ernte mit kleinen Feuern zu schützen. Sieht aus wie Archiv aus dem Winter, ist aber aktuell, diese Bilder. Dann schauen wir jetzt nach einer bangen Woche nach vorn, auf die kommende. Und was uns dann erwartet, Erik Illenseer hat den traditionellen Heute-Journal-Ausblick. Emanuel Kant. 300 Jahre alt wäre er geworden an diesem Montag, der große Aufklärer aus Königsberg, dem heutigen Kaliningrad. Gefeiert wird er mit einer Festveranstaltung in Berlin. Als global denkender und geschätzter Philosoph hat er unzählige Spuren hinterlassen, etwa mit seinem Werk zum ewigen Frieden, dessen Gedanken sich wiederfinden in der Charta der Vereinten Nationen oder unserem Grundgesetz. Die Wahlrechtsreform der Ampel muss vor das Bundesverfassungsgericht. Am Dienstag wollen sich die Richter in Karlsruhe mit dem heftig umstrittenen Gesetz der Ampelkoalition beschäftigen. Zur Verkleinerung des Bundestags auf 630 Sitze sollen Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft, die Zweitstimme gestärkt werden. Kläger sind unter anderem CSU und Linke. Die Europawahl rückt näher. Am Samstag starten gleich mehrere deutsche Parteien mit dem Wahlkampf. In Hamburg Kanzler Scholz mit SPD-Spitzenkandidatin Barley. In Donau-Esching die AfD-Parteichefs mit ihrem Spitzenmann Krah. Und CSU-Frontmann Webe will auf einem kleinen Parteitag in München sprechen. Am 9. Juni wird gewählt. Aus Deutschland gehen 96 Abgeordnete nach Straßburg. Der April zeigt sich weiter von seiner winterlichen Seite die Wetteraussichten. Morgen gibt es an den Alpen länger anhaltenden Schneefall. Sonst bleibt es trocken mit teils längerem Sonnenschein. Abgesehen von wenigen Schauern vor allem an der Ostsee und in den Mittelgebirgen. 4 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen droht weiter Nachtfrost mit bis zu minus 4 Grad. Das Wetter tagsüber bleibt wechselhaft mit vielen Schauern, etwas Sonne und Höchstwerten von 4 bis 12 Grad. Mit diesen eisigen Aussichten sagen wir zwei im Namen des gesamten Teams, auch der Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras, danke, dass Sie dabei waren. Die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0.25 Uhr. Und morgen hier für Sie da Marietta Slomka und Heinz Wolf. Von uns ein angenehmer Abend. Tschüss. Schau. Vitalkes. Untertitelung des ZDF, 2020